Oh, nicht Sub, ey. Oh nein. Alter. Da lauf ich doch sowieso bloß mit Schrotze rum. Juli, ich wusste doch mal der Klasse. Oh, du wirst denn nur mit Schrotze. Du musst gar nichts. Kannst du dich auch mal. Also, was befest du dich? Ja, jetzt ist es scheißegal, welcher Map du rollst. Ich immer mit der Schrotze. Oh, nee. Gegen Heiko. Du musst Gott das nochmal in Klasse machen. Nein. Du, ey. Ja, ich mag, komm her gleich. Ach, leck ich. Jetzt. Gegen Juli, dann geht's auf 100%, gell? Oh, mit Juli und Jonas läuft. Ja, der Viking ist auf meiner Seite. Oh mein Gott. Aber ich leck grad, ich leck grad extrem. Dann aufzulecken. Weil ich mir aber leck. Ich wurde irgendwie getötet, ich weiß nicht. Ach, ich hab kein Ninja in der Klasse, scheiße. Deswegen nehm ich die nie. Genau, gewundert. LOL. Wenn du mir jetzt sagst, wo? Bei, äh, direkt bei, äh, A in dem Haus. Heiß, ich hab noch gemessert. Okay, andere Klasse. Gehört. Ja, Alter. Wie kommst du jetzt da runter? Hä? 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 Ja, war die ganze Zeit unten. Akimbo. Oh, das hätt ich auch gern. Akimbo scheiße. Nein. We got the bar. Verlatt. Alter, auf der durchzusetzen. Und noch einmal Akimbo ist scheiße sagst, dann hol ich die G80 Akimbo raus, ja. Oh, ich hab meine Klasse, Alter, ich hab meine Klasse. Und die gleichen Teams doch mal nur mit per... Oh, die sind unfair. Wer geht rüber? Oh man, was? Wo? In Juli rüber geht es so unfair. Also in Juli geht nicht rüber. Hä, die bleiben jetzt einfach so. Die bleiben einfach so, die Teams, die sind fair so. Ja. Na ach so. Einer bei uns, bei uns. Direkter. Bö. Waa? Klasse Mapschen. Das war meine Claymore, keine Angst. Wo bist du Juli? Ich check das nicht, ich bin einfach irgendwie tot, da ist aber nirgends wo einer. Tja. Lol, Jonas lebt auch noch. Ja. Nice, Jonas. Applaus, Applaus. Ja. Wir sind hässlich Jonas. Mein Kerl. Was sind die Teams fair? Nein. Ja, klar. Ich treffe alle. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Man muss 5 Leute zu uns, sonst ja. 5? Ich geh jetzt dann sowieso auf. Ja, die Runde machen wir jetzt noch. Nein. Dann machen wir was zu essen. Versuch's gar nicht erst einmal. Versuch's nicht. Nee, Mann. Alter Juli, was hast du meine Scheiß-Reaktion, Mann. Ich brauche auch bald Energydrinks. Ich glaube, kein Lager noch vor. Komm her, Heiko! Ich hab' einen Rattboll-Fürdiix, einen Rino, einen Monster und einen Rockstar! Gehört immer schlecht von den Dingern. Was auch? Heiko, ich hab' 16 Stück hier. Ja, denk ich mir. Noll, drüben, auf dem Haus mittendrin. Kaffee! Ich mag keinen Kaffee. Was? nein ich mag kein kaffe also auf unserer seite äh pf 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 wahrscheinlich das ist ich muss mal ein Klasse ändern es war definitiv ein Hit definitiv nicht nicht mehr weil es tödlich pf 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 deswegen magst du keinen kaffee wahrscheinlich kaffee scheiße was heißt ich so cola geht schon aber dass er reagiert hat darauf wenn ich er wohl die cola trinkt dann geht die party ab ich habe ich treu Prozent 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 irgendwo im Büro der genommen den Hüttel mit der europäischen Eier egal mit der einheitlichen jahle bahamas und die Hauptsache Hauptsache ist die Entdeckung derror Jonas aporte oben ja ChIP sagt ihr habt ich und amelie ja der zeigt sich was tust du in als innen alter Da kann man doch nicht durchschieben Du Hurensohn Geh dich doch vergraben Ach der war da hinten Der anderen Seite Könnst du mal sterben Fuck Dieses fuck Ich und Heiko sitzen auf dem Bauch Ich und Heiko sitzen auf dem Bauch Ich dachte die ist weiter hinter mir Ich und Heiko sitzen auf dem Bauch Oh man Hehehe Vielen wie die Verrücken, dass wir auf dem Bauch Schön Heiko Hä? Hä? What the hell, geben Sie Benutzern einen Kennwort für Ihren Outlook-Server ein? Was? Hä? Hä bei wem? Jetzt muss einer rüber wechseln Ich bin einfach, es hat mich einfach rausgetaft Es hat mich einfach rausgetaft Es ist gerade schwierig Ich hätte dich mal gar nicht erschossen Es hat nur geschossen, weil ich rausgetaft habe Gott sei Dank, ich bin jetzt mit Heiko zusammen Oh Gott, dann fach ich mich jetzt nicht so Ich habe ein bisschen Jonas Ich habe nicht checkt, dass er eine Claimer hochgegangen ist und ich voll reingelaufen bin Nein Jonas, nein Der war da oben, gell? Nein, umdrehen, umdrehen Ja 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 Nein Was? Nein auch nicht, links Nein, links Was machst du eigentlich? Jonas ist in unser Team Ach der Jonas, das kriegst ja noch ein anderes Jonas? Äh Was? Jonas, bist du? Hä? Voll verwirrt, leider Nein, nicht du! Ja, aber Viking, du bist, der ist nicht in unserem Team gewesen Mann, Jonas, Alter Ja, Alter Das sagt dir doch auch gar nichts Das ist so dumm, Alter Ja, nicht, ich wäre ruhig, aber die sind beide gleich Alle machen jetzt Ach, halt, ich verspricht Also wir machen jetzt Verspricht ihm bitte, ja? Oh mein Gott Oh mein Gott Heine! Aha Einer ist lang, ist Honnel Oh Oh Es ist hart Oh fuck Das ist auch hart Nur muss ich selbst flashen Hä? Da ist ja ne Claim-off Ich hab die ganze Zeit nicht ausgelöst Ich bin vorgelaufen, zurückgelaufen, vorgelaufen, zurückgelaufen Dann bin ich nochmal hin Um zu schauen, ob das eine von uns ist, was ich nicht auslöse Da ist ja meine Oben, glaubst du dir, ist dir schon klar Dann Wer lebt denn noch, Danny? Dann Es war grad richtig Nubig, ich hab mich grad selbst geflasht Deswegen hab ich auch gegen Modi verkackt, ich hätte ihn ja ansonsten getötet Ach die Claimor war geflasht Oh Deshalb Jonas Boah wir haben 2,5 Gigabyte Nein Gut gemacht Bist du dreckig Bist du dreckig Bist du dreckig Bist du einer G Bist du einer G Ich hasse Jonas, ich spiel nie wieder mit Jonas Äh, äh 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 Ja das ist wie zu viel J hier Überall Jannes So, Juli Jannes Alle drei Kills Ja Ich würd jetzt am liebsten Jannes Äh, Jannes Äh, äh, Jannes Da ist es für eine Fresse Shit Aus Teil der war bei mir, aber nicht bei mir Es ist viel zu spät schon, so ich muss ich brauche jetzt hier irgendwas Was, ich bin alleine Ja Rettebull, Rhino, Monster Ine mene miste, es rappelt in der Kiste, ine mene weg und du bist weg Ine mene weg und du bist weg Ich hätte ja eigentlich ne Aufklärung, ohne Gerhmer Pja, du hattest ne Aufklärung Was Du warst schon Uiuiui, scheiße, ich musste nachladen Alter, du warst doch schon tot Alter, wie viel auf ihn haben die Teile, ey Du Richtig rot, alter 0,8 Ich hab schon auf Nachladen gedrückt, weil ich bin sicher Ja Nöp Plus, Coffee The fuck Das riesen Flaschen Wohlen, oder? No, voilà Was? Scheiß schon, kein Alter Er hat so einen Bereich weiter Du bist so ein Arschgelb, äh, ja nicht Herzlich mal, denn Anders, du kannst mich mal Ja Leute, wo sind die denn? Ich hab ja nur eine Claymore Ja, ja, du hast Plünderer Ja, aber wer ist von euch schon gestorben? Keiner Ja, ja, ich weiß Aber trotzdem wollte ich mich dann betöten Und das verletzt Nein! Warte Ja Ja, da sitzt ja genau, da liegt ja Ja, da liegt ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Da war ich echt, ich hab auch schon sie gemessen Der andere ist, äh, beim Trafo-Haus, oder was das ist, oben halt drin, da wo meine, da wo ich meine Bombe verloren hab Wo? Wo? Wann hinlegen ist das? Im Eck gesessen Oder da wo ich am Anfang läge bin Alter! Alter, mein Herz Mein Herz, Alter Mein Herz Mein Herz Leg mich am Arsch, Alter Lol, warte mal, da stand aber, dass du den mit deiner Waffe gegillt hast Nein, er hat gemessert Na, bei mir stand da, dass er mit den Dings gemacht hat Katze, was ist los? Warum musstest du mich jetzt nerven? Ich hab endlich schon rausgelassen, jetzt nervt du mich nicht Brauchst du dir ihre tägliche Dosis Marihuana? Ne, das ist die andere Katze, die wir unbedingt in Energy haben Nein! Einer ist A-Spot, einer ist Fenster-Bot Bei dieser Halle bei A Was war A-Spot? Wir haben Aufklärung Äh, einer ist Trafo-Haus, oben, einer kommt B rein Uh, das geht zu weit Das geht zu weit Das geht zu weit Ja, das geht zu weit Was? Du hast doch meine Blacklist, ja? Ähm, Heiko? Ja, ich hab die auf der Radar gespielt Was? Ja, wir haben auf der Radar gespielt Hä, wir haben ne Aufklärungstrone Ja, auch eine Warum wird man das schon wieder nicht gesagt? Ja, hab ich, ich hab's dir sogar laut gesagt Pfff Ja, Jonas hat keine Ja, hast du davon, wenn du anderen Leuten die zuhörst? Äh, Jonas, sicherlich dir auch zuhören Was? Wie kam der da? Wie war das? Der war auf dem Radar noch auf der anderen Seite, der ist hinten rumgelaufen, oder? Die wo auf der Radar muss... Oh, guck der hin! Ja, wo der... Ja, wo der... Auf dem Radar war alles 200 hin Viel als Koffee ihn drin Lass sie ihn verteidigen! Okay Machen wir auch nicht War ich nicht War ich nicht War ich nicht, tut mir leid, es war... Der heilige Geist Leg mich, Alter, wo erweist du das? Weil ich mich da hinlaufen hab's sehen Was? Wie das denn? Was? Wie hast du mich da hinlaufen sehen? Ja, keine Ahnung, ich hab da... Keine Ahnung, es war Intuition! Intuition... Die Leute waren nicht mal drauf Ich kann es nicht erklären Ich hab manchmal... Irgendwie ne Ahnung, dass ich weiß, dass irgendwo einer... Wo einer herkommt Jaja, das ist Hacker Ist wirklich... Wallhack So heißt dieses Gefühl hier Ja Wallhack du bist so ein Arscheloch Du bist so ein Arscheloch Podcast wo Too 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 tend Heil cock Das hinten bei brl Der kommt von hinten rein Und dann geht der wieder rauf der kommt von hinten rein und dann geht der wieder rauf Der kommt von hinten rein, das FPV 2 Hunter und jetzt ist er wieder draußen der war da wo ich gestorben bin auf jeden Fall das gibt's doch am wenigsten hat nur noch die Bombe Danke Heiko für die Waffe Lass die Kopfhörer nur du dumme Katze keine Waffe aus! das brauchte einfach keine Katze, weiiin kriegst ne leckerlische Alter, habt ihr meinen geilen Bart gesehen? das fände ich mir auch oi da mein, ohne Spaß war richtig oh ich war grad grad kurzer vor Heiko zu messer ach komm ne 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 ne, ja weil ich dachte du wärst Jonas nur Jonas besser einer ist oben Treppenhaus äh einer ist da Richtung A hab ich gestorben bin mämpschen mämpschen haha läuft bei dir ja klein mal plündert und neigst du klein mal hinlädt Loll, wat?! hab ich doch hingemessert was? lollUuuuUuUuUuUuUuuUuUuUuuuaS die der klotzigke das war das war das mal warum Kosser kein würde ich mal sagen mit der Shotgun gibt es keinen Einschuss bist du so ein Lappen Hi, Sajuni Hi, Heiko, wie geht's? Ich bin eigentlich ganz gestorben so ein paar Leute halt ja, für wen Janis du musst stehen ja ich bleib grad stehen ja, ich weiß Alter, Scheider steht wahrscheinlich unter meiner Claymore er ist im Traitor-Minute, wir müssen ihn töten er legt deine Bombe, pass auf ich muss pinkeln Janis Janis, push doch vor ich muss pinkeln oh bitte ist einfach egal Janis, was machst du? Katze! Tür daneben nervt mich nicht oh shit was denn? was denn? nimm Secondary oh lol was denn? wo liegen die? im Tunnel lol hast du denn gesehen? der stand in der Ecke ja, war klar lol er saß da und er saß die ganze Zeit da Janis, das hätte ich dir sagen können weil er ist nicht mehr gelaufen ja, ich weiß oh, Heiko, du hast grad was ja, ja, ich will grad was draufgekriegen nein doch Achtung, irgendwo ist Geklemmer geplant ist nein, jetzt nicht doch der verpiss ich doch hier, Herr Jonas Julio auf der anderen Seite bestimmt oben feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet das hab ich gehört jetzt selbst die Mission zu Ende Aufklärungsdrohne online oh not this Alter, hör doch mal auf mit der Shotgun rum zu rennen du Spaß die, Alter tja, kann ich auch nix du machst jetzt genau, ja, du machst jetzt Jannis, Alter So, ich bin gerade da Jetzt hab ich fest Teil ist primär ja ne, ich find Schotgang cool nein wir nicht da hat er 8,8 schützt aber mad he bo schlägen i Wir haben mehr Muniz! Jo! Was? Hinter uns! Mich wundert's, dass niemand A kommt! Wen hab ich da geflasht? Ja, das! Nee! Mich! Alter, ist das ein Eckenkind! Ein Eckenkind! Heiko lebt noch, oh oh! Ich hab Angst vor Heiko! Heiko hat Hexan! Du brauchst keine Ahnung! Okay, Jonas! Was? Ich sag gut! Aber für Heiko ist halt... Oh nein! Das ist ein Eckenkind! Das ist ein Eckenkind! Definitiver Hexan! Hat Reaktion, Alter! Das ist ein Eckenkind! We've got the bomb, Motherfucker! Bitch! Ass! Genau so! Da läuft einer bei den Mitte raus! LOL! Einer ist Halle! Alter! Alter! Ich hab schon gemessert gehabt! Das töttet er mich! Töttet er mich einfach, eh? Das geht gar nicht! Wer lebt denn noch? Ja, der ist oben drauf! Bei uns! Scheiße! Nice! Ich bin direkt an dir runtergesprungen und hab dich noch getroffen, aber du bist nicht mehr gekommen! Weißt aber, du wirst mal messern! Ich mag dich nicht, deswegen du hast dich zu sehr wehgetan! Guck mal, der hat schon wieder die Shotgun draußen! Nein, der hat scheiß auf die Shotgun, der hat voll den geilen Bart! Ja, Gott! Der ist der mit dem geilen Bart! Der Bart muss in die Killcam, Alter! Ja, aber der ist der mit dem geilen Bart! Alter! What the fuck! What the fuck! What the fuck! Einfach nur! Oh, warte das! Oh, shit! Oh, shit! Das ist noch einer! Wo war der andere? Der war auch halt da! Wirst du mich verarschen?! What the fuck! Alter, bin ich grad schlecht! Wie voll drauf war eigentlich? Warum steckt seit neuestem der grösen Scheiße? Rettung schmeckt geil! Ne, jetzt geht's besser! Nein! Scheiderwechsel! Ah, fällt den Wechsel! Suchen und zerstören! Das zieht den nächsten der mich jetzt behindert blockt außer Heiko! Heiko, warte aber was soll ich überhaupt kein Blonde Skat 20 Skin! What the fuck? Ich hab grad F gedrückt um meine Waffe anzugucken! Alter! Was ist denn los? ja klar Mordwächter ein Kulti Träger und du darfst du da der Ehe 5 dann ist ja nicht 1 was ich habe nicht gesehen wollen wir auch da habe ich aufgehört zu schießen den treu ist von dir Heiko Ja, ich bin auch von mir Ja Warte, guck, genau da habe ich aufgehört zu schießen Es war War halt so Luck Das war, das war Ja Ah, 12 Nö Nein, gar nicht Oh Gott, das ist echt nicht Nein, überhaupt Oh, A, E C, L1, 014 Wieso wurde platziert? War richtig mies Ja klar, der Musterkrat nach hinten ziehen Nur weil ich vor Alter! Prozent und jetzt noch VW lauter was in der Zeit ja ich habe 600 ich habe also ich habe nicht mal eine 1er KD Nimm Pause, aber wir bleiben trotzdem in der Lobby, oder?